Herzlich Willkommen zu... Rainbow Six Siege Hier sind ja rechts so die neuen Operator, ich kann aber nicht spielen, weil ich den Season Pass nicht hab. Und nein, Terroristenjagd. Das war damals mal der... Normal. Okay. Warum durfte man damals, oder darf man das nicht offline spielen, wenn es so was wie einsamer Wolf gibt? Hä, what the fuck? Du bist so wie einsamer Wolf. Den. Ich... Oh, es ist... Obwohl er halt nur... Nein. Verkackt. Ich hab nächstes Mal... Was... Blöd, weil... Ach kacke, ich bin in keiner Party drin. Oh, ich hab mich auf Englisch gestellt. Ich soll... Ich soll was machen? Okay. Da ist jemand, da ist jemand. Okay, hab ich das gesehen, hab ich das gesehen. Ich hab' den Flugzeug Scheiben durchschießen. WTF. Ich hab' gerade einen Kumpel umgebracht und ich bring' ihn auch noch um. Vertrau mir. Bam, Tackle-Shooter ist ja voll meins, ne? Oh. Das war ein Köpikarze. Okay, nochmal. Wie ich weggespinnt bin. Abstimmung Ich bin auch so schlau, wisst ihr das? Der war ganz gut, der Spawn, fand ich Oh, komm, wie viel Schrotflinte Und die Achso, such dir Dinge und ich bin bereit, ne? Sledge Sledge, hör mal So heißt auch hier die Typen von Call of Duty Die Endurance 2 verkackt haben Und BW2 Obwohl BW2 richtig geil war Opfer Lad die Knarre nach Scheiße, geh weg, geh weg, Junge Ich warte nicht Nein Warum? Er hofft mich zu mobben Scheiße Ich bin nicht gut, tut mir leid Warum spiele ich auch einsamer Wolf? Früher konnte man das immer alleine auf der Xbox spielen Das fand ich damals voll geil Warum geht das jetzt auf der PS4 Pro Offline spielen, nein, ich muss online sein Geil Irgendwann werde ich Server down genommen und ich kann es nicht mehr Okay Nochmal Spawn Haupt Ach, wir sind ein Squad-Team und müssen einzeln angreifen, oder was? Wie schlau ist das denn? Jetzt bin ich einfach mal Wolf Aber Ich muss der hier 2 Ich hier Der auf der Seite Und Ne Okay, ich mach's jetzt schon mal Sledgehammer Wow, 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 wow Junge Den habe ich gerade beim Kacken gestört, tut mir leid Fahm, du Wichser Ich weiß nicht, der da drin ist Mein Johnny Johnny, komm Problem ist Johnny ist hier noch drin Und Johnny Hat eine scheiß Bombe dabei Oh, geil Ich muss den schärfen, aber wie Hoppala Ja, wie lange wollte ich Munition auffüllen? Oh Ich Bitte, mach hin, bitte, mach hin, bitte, mach hin Ey, komm schon, Mann Heck, Microsoft ich muss zwei 45 Sekunden aber es hat ja noch erwischt noch einmal und dann dann spiel was anderes die Air Force One, das Präsidentsflugzeug von Obama ok noch einmal wenn ich wieder dicke, sehr dicke Typen in der Bomber aufkreuzt weiß ich noch nicht was sie machen sollen oh Gott Bob Guy, Bob Guy, Bob Guy, Bob Guy oh mein Gott, Johnny lass mich Gott du fährst von mir, nein was hält der aus, Mann Alter, Scheiße ich hab keinen Bock mehr Alter, was hat der ausgehalten meine Fresse oh Haupttor nee, ich glaube schon ja ich will losspielen ich will losspielen ich will losspielen ach, es lädt ach, es geht los oh, noch ein langweiliger Bildschirm 20,30 aber spiel ist geil ich will jetzt kein anderes Offline-Spiel haben mit einer Kampagne und so und mit einem richtigen Bot-Modus aber nein Bad Fixer! Realistisch, Mann! Was habe ich gerade in die Reingeholz? Guck mal, er hat eine ordentliche Blutspur gezogen. Oh, geil. Was, ihr habt doch noch Typen! Wer hat denn zwei davon? Wer hat denn zwei davon? Fache scheiß Terrorist hat zwei von den Typen dabei. Ist es ihr Standard-Outfit hier? Ein ApoRed-Merch oder so? Mein Gott! Es hört mal zu stalken! Wenn man diese Leute mit dem Scheiß ApoRed-Merch... Hört auf, mich zu schießen! Ich werde, ich wurde gerade von einem Typen verfolgt. Ich glaube, er ist weg. Es ist Johnny und Johnny treten Merch von ApoRed. Wisst ihr, wegen der Bomben-Dingsbombs. Ich weiß, ihr sucht mich. Da ist er wieder! Nein! Kletter mit X! Junge! Er ist da unten, ich weiß es, weil ich höre ihn. Okay, ich dachte gerade auch, dass scheiße die Zeit geht ab, aber sie zählt hoch. Sie zählt hoch, die Zeit. Scheiße, die haben Treppen! Die haben Treppen, kacke! Wow, wow, wow! Die Jungs, du bist erschrocken! Bob-Typ! Bob-Typ! Du hast echt eine Bombenjacke an, Alter! Nein! Das Spiel macht mich fertig! Du Scheiße! Mann! Mann! Es geht nicht klar! Ich hab mich gerade so erschrocken! Ich will das nicht mehr spielen! Oh, mein Bildschirm spielte auch ab! Danke dafür! Äh, raus hier! Bloß raus hier! Bloß raus hier! Alter! Alter! Oh! Ich bin da! Oh! Die, die, die... das spiel ist geil also auch die ich habe das spiel gekauft habe die simulation ich habe die wirklich alle damals durch gespürt ich fand es wirklich geil und das erwiesen kleiner singleplayer für mich ab ich will singleplayer shooter okay ich bin team orange fällt mir ich habe es alle stumm gescheudert weiß dass es dummer daran ist dass kommunikation und extremst wichtig aber ich darf nicht mit dem reden es ist mir verboten ich weiß wie hast du ja dafür und ich bin nicht im ernst im deathmatch ich will auch kein team deathmatch ich will ich will kein team deathmatch wer mag team der schweiz taktik shooter ihr wisst minecraft nacht ist fast vor ok ok alles alles dicht mach alles alles ist ja dicht ok ok verstecken sagt hier aufklappen war ist dicht ok hier auch hier dichten luke ist dicht ok jetzt hier wixer actionphase 5 verset 5ok Kann ich hier dicht machen? Kann ich hier? Habe einen, habe einen! Er lebt noch! Ich bin fast tot. Okay, ich habe hier alles schon verrammelt. Vier sind drei, das sind zwei. Okay, nice. Scheiße. Fuck! Nein, ich war so schlecht. Die hassen mich. Die hassen mich alle. Erst blutig alle und dann das Kacke. Bitte. Der war das Kacke mit dem. Mann, Ash. Hier habe ich aber auch Ash. Ich darf hier Ash gar nicht spielen. Ist ja egal, es wird zu spät. Meine Fresse, was euch noch toll ist. Ich will keinen Inhalt stüllen. Okay, ich lasse mich hier nochmal kurz rein. Jetzt können wir nochmal schnell Lusche an. Flop! 10 Sekunden vor insertion. 5 Sekunden vor insertion. 5 Sekunden noch. Ah, diese Zeit. Los geht's. Ich habe den einen gerade nicht gemutet. Oh, cool! Krass! Krass! Hier ist schon das Lüftflugssystem vergasen. Warum geht sowas nicht in dem Spiel? Oh nein! Oh nein! Die haben die Geisel umgelegt. Wie Kacke! Komm, ich nehme den hier. Was? Dann nehmen wir auch die! Oh, die Kontaktgranate. Oh, nice. Rock. Nice. Habe ich irgendwann nicht gemütet. Oh. Geht halt immer los, okay. Jetzt noch dieses schrunden Teil noch und dann ist es vorbei. Cool, 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 cool. Okay, hier. Dicht. Sorry, Mann, das war keine Absicht. Okay. Down to 10 Sekunden. 5 Sekunden und counting. Op 4 hat 20 auf den Hostage. Kamera, bitte. Genau so wollte ich das. Kommt rein und stirbt. Das können keine Granaten reinpassen. Ich betritt den Raum, ich krieg voll eins aus dem Maul. Nein, ich wurde eliminiert. Ja, da draußen ist jemand. Da auch. Jetzt reicht es mir. Danke fürs Zusehen. Lasst ein Like da, wenn ihr mich noch schützen wollt. Natürlich ein Abo wäre auch nett von euch. Es wäre nett. Wenn ihr ehrenhaft sein wollt, dann gebt ein Like. Also ein Like.